Ich möchte nicht mehr ausfüllen. Weil ich kann, weil ich kann, sagen wir ja immer. Mama, warum darf ich nicht mehr in den Keller aus? Na, nicht cool. Ich soll in den Keller kommen, hat sie gesagt. Soll ich gleich den Wischmopp mitbringen? Er hat wieder Ketchup an der Wand geschmiert. Jey, klingt immer gut. Nja, die tauchste Taste nicht so oft drücken. Hallo! Und jetzt? Was hab ich? Welche ist deine? Welche ist deine? Die hat bestimmt Öhrig eingesammelt. Oh, Öhrig. Oh, Öhrig. Oh, Öhrig. Oh, Öhrig. Oh, Öhrig. Ich will jetzt die Bühne kasten. Hm, 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 nahm. Was gibt's jetzt für Mittag? Biene! Hummler am Spieß! Wieso war da ein Schild dran? Ich heiße Maja. Kleine, dicke, fette Biene, Maja. Ja und, aber ne Biene. Doch, kannst du schon. Du kannst einen Bienenstock bauen. Und dann kannst du Honig züchten. Aus Wachs, den du nur im Netto bekommst. Ich glaube, ihre Bombe ist gerade angegangen. Sann gerade so komisch. Tick-Tack-Tick-Tack-Hängen. Tick-Tack-Toe fielen ins Klo. Müsst du eigentlich gewohnt worden? Da sage ich jetzt mal nix zu, ja. Oh Gott, einmal die Kuschel bei der Formie sind. Die kommt nack, schnell an deinem Baden zu. Der hat hier nen Boom eingebaut. Juuu, da war gerade der Stamm eingebaut. Ich will nicht wissen, was nicht war. Ich will nicht wissen, wer es war. Die hebt die Hand, wüsst du das? Ganz heimlich, unheimlich. Ich hab's gebußt, die Spawnfetisch ist. Die mag Bombe nicht. Da macht er das Glas kaputt. Die Zombies sind gerade rausgekommen, und dann war plötzlich doch der Tag. Und alle sterben. Hoooo Face! Ich würde den Koen verlieren. Hoooooh. Hoh! Hoh! Hey, Hoh! Geh mal, Hoh! 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 Da ist die Dumpen, wir haben sie gegessen. Wie den anderen dabei gerade so rumzappelt. Ich meine, ich habe Pummel über diesen, das ist ja quasi im Rundensetzling. Ja, ich weiß, ich kann es auch filmen. Eier. Eier. Fertitter. Ölig. Er ist ölisch. Fussig ist das. Ey, mach langsam. Das hat doch schon. Ja. Das muss ich sehen. Wir haben schon Besuch von den Nachbarn. Ich habe einen Blue Puppy gefunden. Und eine Blume. Welche. Biss mal. Biss mal. Ah. Es geht es nicht. He didn't fall off the blues. Bubbles. Die finden das jetzt noch eklisch. Später finden sie es toll. Quitsch, 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 quitsch! Hör auf damit! Quitsch, 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 quitsch! Ich kann nichts dafür! Hör auf damit! Hör auf damit! Okay, ich darf nicht. Mega, du denkst! Dankeschön! Wir sehen uns jetzt nicht mehr. Ich kann Ihnen einen Bik, sondern Niemann. Du bist gerne unten. Du bist denn nicht mehr. Der ist nicht gut. Muhen! Wie geht es das aus? Ja, Leidl. ein 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 haha heeeey heeeey ej popy 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 pifi pifi muss mit pifi koffer mua den beschenkopf ab bibi komm her du kriegst jetzt Anschluss hier ist schon zu klein 1.5.5.0 verpist dich Eeeh! Verpiste dich! Ah! Mein Bifi ist tot! Was machst du denn jetzt? Ich hab Bifi! Warum ist hier gestorben? Hm? Ich bin ehrlich, du hast Hunger! Die haben ja kein Feld da drüben stehen! Nein! Du musst halt mal drauf, wenn es nicht so wächst, wie du willst, musst du halt mal Dings rein schmeißen! Du machst aber Kunstangebote, merkst du das? Wir haben keine Leckmilch! Was? Denn du denkst, kannst du die Leckmilch! Und du denkst, dass du das ein Auslaut hast. Du denkst, dass du die Leckmilch, wenn du die Leckmilch machst? WMUCH? WMUCH? WMUCH?! WMUCH?! WMUCH? WMUCHAnK? Danke, dass Sessan anfängt zu regnen. Dankeschön. Sessan, noch mal rum. Und wo wachsen hier die Äpfel dran? Hier ist ein Apfelbaum gewachsen, aber ich sehe keine Früchte an dem Apfelbaum. Das ist ein bisschen komisch. Oder hast du genau die Ecke weggerupt, wo der Apfel dran war? Wollt ihr mich verharschen? Ich will Rockstroh. Rockstroh. Ruhige, du bist Marge! Eeeh! Was? Was ist das? Was ist das? Ich muss das dann rausschneiden. Das ist kurz vor dem Einsen, die gehen alle bursch. Wer meintest du? Der Erich legt ja auch schon auf, der hat gerade so ein Stück gemäht sind. Der Erich legt ja auch schon auf. Zu. Und dann zu. Oh, oh. 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 Der Arsch ist zu groß. Da passt ein ganzes Sofa hinten rein. Woher weißt du das denn? Ich muss halb nicht gucken. Ich brauche hier, dass ich eine Scheiß einsammeln. Aha, mhm, mhm. Hallo. Bitte schön. Ich bin auch schön, bitte schön. Nom, nom. Lass es dir auf der Zunge zerlaufen. Da muss ich gerade an den Einen Film denken mit dieser komische Schokokaline. Was schreibt du denn da jetzt schon wieder was rein? Nur Schweinisches. Da schreibt man es auch rein, wie immer. Deswegen lieben wir ihn ja. Wuuuuh. Senf. Und Ketchup. Ja. 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 Ich wiese mal. Ja. Ich bin der Zunge spült. Ja. Ich bin der Zunge. Die den Däntern sind die Anbasen. Zeig zackt ihr den Löffel mit Hauschreiben. Nee jetzt hab er das dann angezeigt. Das sehen hier ist auch alles. Diese komischen Sachen, die ihr da schreibt. Ja klar sehen die das da oben. Deswegen hab ich gesagt, das musst du dann rausschneiden. Ausblenden. Was machen die denn nur da? Alter, was macht ihr? Wir bauen komische Sachen. Und wie immer wollen. Mal lecken, das schön wird auch. Mal lecken wir doch. Mal lecken, das wird auch nicht. Mal lecken, das tut. Mal lecken, das passt. Da sag ich hier noch was, ne? Das wollten wir jetzt wissen. Ohne die Information haben wir dann gestorben wahrscheinlich. Error, Error, Too Many Input. Warum haben wir solche komischen Themen zum Abend? Ich bin grad in ein Loch gefallen. Deins war's nie. Ich bin in ein Loch gefallen. Manche haben auch keine an einem Loch gefallen. Kann ich hier mal was du da? Kann ich hier sein? Kann ich hier sein? Ich hab's hier mal verfallen. Ich hab's hier mal verfallen. Ich sollte drinnen ja auch schlafen, ich geh in ein Pokémon. Ich geh in ein Pokémon. Ich hab's hier alles gesehen. Ich hab's hier mal was du da mir nicht schlafen. Ich habe einen roten Kopfschmerzen. Wie ist das dein Kopfschmerzen? Ohne ihn, ich gab. Ich habe ihn auf, wie kann ich hier ihr in ein Loch, wie du da, wie du da. Nein, Rosen! Wir haben einen Rosen, mein Schein. Er hat doch Blödsinn gekocht. Machst du das? Nur Krütze. Enten Krütze. Bei Youtube bestimmt wird geclamed. Es wird bestimmt in Runde geclamed werden. Mit nicht jubendfreier Inhalte. Wir wissen, dass wir nicht jubendfreier sind. Wir haben überall jubend drin. Arsch. Er ist ein Feli. Er hat keinen Felix als Freundin. Das wüsste ich ja. Das sagt mir ja alles. Konfektionsgröße. Rechtschreibfehler. Larch. Der weiße Bord. Los. Noo. Wer hat Blödsinn geschluckt? Der weiße Bord. Er kann alles tun. Der weiße Bord nicht. Und dann? Ich habe die Taschen voll Dreck! Zum dicken sind die bei Twitch drinnen, so soll Twitch kurz rauslaufen! Wegen Spamen Wegen Spamen Wenn dem Chat bei Twitch Span denkt Wod its sogar Spamen Wod usrets Assim Oder Tuk ga takkuduk du Tukkudu, Tukkudukkudu Wenn du Hühners suchst musst du in den Stall gehen Meine Vorsicht hier, verdammt das Mein Timeset, der ich gerade auch ganz schön weg gewesen Ich muss mich erst meant durch den ganzen Text вет checken Was? Wofür ist die Krankheit nicht ansteckend? Ich hab ein Schlapp. Das ist eine Scheiße. Na! Das ist ein Schlapp. Das ist ein Schlapp. Touchssnych Jetzt... Gott, aber dass es hier ein paar mal nach unten hätte und abzuschauen